Jungs, wir haben drei Löcher und in welches springen wir? Ich bin Gold, Digga, komm in mein Loch! Ähm, that escalated quickly. So, mit Beunsch und meine Klappmachstern, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Heute spielen wir den Grab-Runter-Modus in Fortnite, Freunde. Heute mit dabei, Eppige! Perfekt, Digga. Mit dabei, Eppu! Was geht, Mann? Was geht, Mann? Freunde, die Map ist gebaut von Kapu, Talisman und Axi, Freunde. Und das ist eine richtig geile Map, Jungs. Ich will mal sagen, wir starten rein, wir müssen runtergraben und in denen wir runtergraben, gibt es immer irgendwelche Lucky Blocks, Minigames und natürlich später ein Battle. War schon so, Wallah, war schon so. Ja, André? Oh, du, Mann. Wenn du Talisman und Axi zusammen machst, kommt Taximann raus. Taximann. Wild, oder? Geh zum Herd. Ey, Becker, ich geh zum Hund, Digga, hab ich mir was gesagt. André, geh in deinen... Junge, du kleiner Hund, Digga. Hab ich kaputt, Digga. Äh, äh. Oh, macht weiter schön. Dankeschön, Jungs. Let's go. Okay, Becker, okay, let's go. Gib ihm. Alles geht los, Digga. Wir müssen euch auf Steuern formen und ich sag euch ehrlich, wir müssen hier alles rausgraben und es ist so setzezweig, Digga, so glöckig. Macht doch nochmal Spaß. Ohne Witz. Freunde, wir müssen natürlich hier alles freiräumen, damit wir auch maximalen Gewinn haben, denn unter der Erde gibt es ganz versteckte Items für uns, die wir natürlich nachher auch beim Fight benutzen können oder auch eins von drei Minigames, Freunde. Let's go, Jungs. Ich hab noch nichts, noch nichts. Aber man kriegt Steine. Bringt das was? Steine bringen was. Steine, die... Warte mal, guck mal, ich klau deine Steine. Jungs, ich hab kaputt gespielt. Nein. Warum kannst du bauen? Du kannst Boden und so bauen. und dann geht das alles schnell kaputt, Digga. Ohne like das. Hallo, ohne like das. Ich auf, ich auf, ich auf. Junge. Digga, du kriegst das Stein halt nicht mal, André. Stimmt. Du weißt, dass du Stein, du weißt, dass du Stein, die nachher bei deinem Shop hältst. Ach, Jungs, Digga, wen juckt das? Guck mal, wo ich bin. Okay, 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 das werden wir dann nachher sehen. Wir bleiben, Digga. Er ist unter der Map. Er ist echt unter der Map. Ey, die ersten Sachen geben gar nichts. Wie, die ersten Sachen geben gar nichts? Oh mein Gott, ich hab schon eine Sache. Oh, ich bin schon bei Orange. Ist das eine schöne Sache? Digga, ich hab noch gar nichts gefunden, Junge. André ist ein kleines Schuh. Hallo. Hallo, Mirkan. Hallo. Digga, ihr macht stummes System. Ich nehm alles mit. Stummes System? Digga, ich mach stumm. Ich bin auch stumm, Digga. Glaube ich auch. Bei Orange, bei mir auch nix. Bei Orange? Ja. Bei Braun? Digga, bist du Farbbehinderung? Bisschen, Digga. Sag mal ehrlich so? Jetzt ehrlich, bisschen. Ich glaub, ich hab wirklich so ein bisschen Farben. Echt? Ja. Oh mein Gott, André ist ein bisschen behindert. Gerade wenn so Deferons und so einfach so rot und grün und blau sind. Oh, was hat Mirkan? Gar nix, Digga. Wie, gar nix? Hä, zeitgleich vorbei. Wie zeitgleich vorbei? Ich hab Zeit gehört. Ich glaub, wir müssen neu starten. Nein, müssen wir nicht. Geh Freunde, es geht los, es geht weiter. Oh, danke, mein Kannega. Schlägerei, Schlägerei. Abo, Freunde. Wir haben jetzt ein bisschen Stein, ne? Also, Jungs, macht's gut, gell? Bisschen, ich hab 2.000. Ja, ja, ich hab auch ein bisschen, ne? Was willst du damit machen? Gehst du hoch, oder was? Ja, ich hab. Wie kommt man denn hoch? Boom. Boom. Oh, man muss danzen, Mirkan. Dance schnell, bevor du stirbst. Boom. Nichts sagen, Junge, nichts sagen. Oh, ich hab die Mystery Box, Jungs. Er macht alles bei mir auf. Ich, ich mach auf. Oh, Minigame, Jungs. Let's go. Okay, seid ihr bereit. Let's go. Hallo, hallo, Minigame. Ja, was, Digga? Ich bin tot geworden. Ey, ich hab den Sprung back, Bruder. Ich feier den gar nicht. Ey, damit kann man besser und springen. Kann man gar nicht. Doch. Ich bin tot. Okay, Freunde, let's go. Oh. Ah. Ich kill Mirkan. Oh, oh. Oh mein Gott. Er hat Eizus mit reingenommen. Er hat Eizus mit reingenommen. Er ist ein kleiner Hund. Er ist echt ein kleiner Hund. Ich schieße gerade ab nach euch. Ich hab gewinnt. André, warte auf mich. Ey, ich schaff den Job nicht. Ey, Mirkan hat halt echt gewinnt, Digga. Ich hab gewinnt. Okay, wer ist 2. Gewinnt, gewinnt, himmlische Kind. Ich bin 2. Sterbt. Du bist sterbt. Junge, das ist so ein schlechter Deathrack. Es ist so ein dummer Deathrack. Also, er ist gut gebaut, aber er nervt. Er ist guter Junge. Bring geradeaus. Yo. Ich bin 2. Ich hab's geschafft. Ich auch. Oh mein Gott. Mirkan macht schon weiter. Tschüss, André. Tschüss. Er ist auch direkt runtergekommen. Oh mein Gott. Wir ballern hier alles weg, Freunde. Ich danke, Jürgen, dass du für Mirkan alles mit mir wegmachst. Kein Ding, Jürgen. Ein Lucky Block hatten wir, haben wir schon bekommen, Freunde. Und wir haben bis jetzt noch nichts bekommen. Wir müssen jetzt hier nochmal ein bisschen zack, zack, zack bauen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Oh, hier. Oh mein Gott. Wir brauchen auch sehr viel Stein, ne, Jungs. Also, für den Battle nachher kriegen wir auch sehr viel Stein. Für den Battle. Für den Battle. Für den Battle. Okay, wir müssen uns neues Item kaufen, Jungs. Ey, man darf aber nur einmal jedes kaufen. Weil wenn man die ganze Zeit Granaten werfe heute, dann ist das viel zu unfair. Ist doch, ist nicht. Ja, okay, Digga. Dann hol ich gleich 12 Stück, mir egal. Ich kaufe mir jetzt 1000 C4, Digga. Was, 12 Stück? Okay. Danke. Tschüss, Digga. Was, du immer stirbt. Passiert nichts, oder? Nö, du kommst wieder oben hin, Jungs. Jungs, seid ihr bereit? Ja, Lucky Block. Ich bin ready, Mann. Boom. Ich hab Lucky gar nichts. Ich hab Sprengung gemacht, Jungs. Ich bin bei weiß. Öffnen. Bro, ich hab ein bisschen. Oh, kein Item. Nein, was hast du bekommen? Ein Grappler. Nein. Lucky Block. Noch ein Lucky Block. Nein, Junge, warum krieg ich keine mehr? Guck mal, ey, seht ihr das bei mir? Wo, 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 wo? Hä, die Zübelnice aus. Komm mal runter, Odomann. Ich bin unten. Lüge. Nein, du musst runter, beim Baustrad runter. Ah, noch mehr runter? Hier. LOL. Hier. Was? Money Drop. Wir kriegen hier Münzen, Jungs. Wir kriegen hier Münzen. Leute, wir haben hier jetzt, Digga, einfach, das soll Golderz sein, ne? Ich fühl mich richtig wie ein Minecraft, Junge. Jungs, Waffe bringt gar nichts. Kauft doch niemand Waffe. Oh, mein Gott. Hä? Bringt Jübel was? Nur die Gelben geben, glaub ich, oder? Nee. When did the port... Oh, mein Gott, ich hab dich selber gekillt. Selbe, ist selber gekillt. Okay, doch nicht. Leute, ich würd' sagen, der, wo zuerst unten ist, kriegt ein Bonusleben, Jungs. Okay, bonus. Servus, du. Okay, kriegt er nichts mehr bekannt, Digga. Sorry, dass es dein Video ist auf einmal, Digga. Sorry, Digga. Also, was machst du, Digga? Dein Fall. Hey, dein Schnauze, was machst du, ey? Jungs, so macht ihr das also, hör? So macht ihr... Ähm... Pst, pst, gib mir das, gib mir das. Ey, Jungs, so was? Oha, ich bin bei leuchtenden Blöcken. Ich seh nichts mehr. Oh, schon wieder eine Kiste. Junge, ich hab keine Kiste bis jetzt. Ey, boy. Boom, boom. Du willst jetzt trollen und du hast... Ich hab mich selber getötet, Digga. Oh, mein Gott. Es ist rein, Jungs. Kann das sein, dass die Kisten immer mittig sind? Alter, wie wild. Ich weiß es nicht. Ich hab schon wieder einen Grappler bekommen. Schon wieder? Ja. So unfair, Digga. Ich hebe ab. Ich hebe einen ab. Nichts erhielt mich. Am Schmoden. Am Schnodenhoden. Digga, warum findet Milkan so viele? Ja, der lügt. Digga, ich hab irgendwie... Ich bin voll... Du hast einfach nur Glück, Bro. Du hast einfach nur Glück. Ich sag, du mit Granatenwerfen, baller da rein, Digga. Schwizze, Süße. Ich mach den Mero, Digga. Baller los. Baller los, Digga. Schieß mal eine Kugel bei Odemann rein. Schieß mal bitte. Bitte schieß rein. Bitte von oben. Ey, nein. Er hat dich wirklich gekillt, Digga. Egal, Digga. Gar keinen Stress, Digga. Ich sag dir ehrlich. Das gibt jetzt Freak, Digga. Start freaking like Molly. Oh, ich sehe meine ganzen Items da oben. Ja, ja. Schön, schön, schön. Nice. Ey! Ich hab alles verloren. Ey, wenn man mich killt hat, verliert man alles. Ja, aber es droppt da, es droppt da. Es spann dich. Ja, und du sammelst das jetzt auf, oder was? Ich spann dich. Nein, ich bin echt weggegangen, wirklich. Digga, Mirka, warum bist du so leise, Junge? Digga, ich grabe. Ich hab nur mal set. Ich bin fast eingeschnappt. Ich schwöre, du hast gerade alles, Digga, gefühlt. Ich hab gar nichts, Digga. Gar nichts. Junge, wegen der hab ich meine Pistole verloren. Das war meine einzige Waffe, Digga. Kann nicht sein, kann nicht sein. Ja, die ist irgendwo verschwunden, Mann. Oh mein Gott, ich hab einen Bug herausgefunden. Wir haben mal zwei Blöcke kaputt gemacht. Ich hab wieder eins. Ich hab noch eins. Mystery Vlog, Beweis. Minigame, zwei von drei. Ich knall dich ab. Seid ihr im Minigame? Kannst du nicht. Nein, wir sind ganz unten. Bonuslevel. Ich geh jetzt rein. Spaß, nein. Ich kann nicht mehr schlagen. Schlag, schlag. Ich auch nicht. Ich geh Minigame rein. Jetzt hat Mirka seinen Arsch gerettet. Hä? Irgendwas hat nicht funktioniert. Was hat jetzt nicht funktioniert? Irgendwas ist irgendwie kaputt. Okay, Freunde, da wir kurz noch technische Probleme hatten, haben wir es jetzt geschafft. Wir sind ganz unten angekommen, Freunde. Und es gibt noch ein Bonus-Level. Okay. Oh yeah. Ich bin drauf. Ich bin drauf. Ich hab's. Oh, ich bin die drei. Ich bin die meins. Okay, Jungs. Oh, man muss die öffnen. Das sind Lucky Blocks. Oh, Pistol bekommen wir uns. Digga, was? Wer hat Raketenwerfer, Junge? Junge, ich hab einen Filch und eine Pistol. Oh mein Gott. Oh, ich wollte gerade in die Dingswand schießen. Er hat mich selbst umgebracht. Digga, Alter, Schwede. Digga, ich bekomme gerade. Junge, es ist so unfähig. Ich kriege nur Geld. Hä? Fußball. Jungs, Fußball. Zwei gegen eins. Komm her. Wer ist in Stress? Hallo, hallo. Chill mal, chill mal, chill mal. Chill mal, Jungs. Du musst irgendwo ein Ball kommen. Chill mal. Ich spiele Fußball. Hier, Anstoß. Ich schieße. Oh mein Gott. Hallo, Schussack, raus. Zack, zack. Oh, der Ball kommt. Oh, wo, wo. Oh mein Gott. Ich gewinne. Zwei gegen eins. Digga, easy, Bro. Digga, du musst mitmachen, dein Bauti. Bauti, komm ins. Bauti, komm her. Helf mir. Er kann fliegen, doch. Er kann fliegen. Er kann fliegen. Yo. Oh, Tor. Gewoll. Golas. Ähm. Warton. Der Ball ist wieder da. Hey. Komm her, Digga. Jungs. Ich habe ausgetrickst, Digga. Ich habe Bodenkampflik gemacht. Aber. Digga, alle hauen mich. Ich komme jetzt hier raus, Digga. Was ist das für ein scheiß Minigame, Digga? Junge. Hey, ich habe alle meine Waffen verloren. Okay, das ist die wildeste Waffen, die ich hier gespielt habe. Ich habe alles, ja. Ich habe Tor kaputt gemacht, Jungs. Okay, komm. Wie viel geht? Bis 20, oder? Bro, ich habe keine Ahnung. Hey, läuft voll die Rakete, Digga. Bro. Ey, was ist das für ein Wapp, Bruder? Okay, ey. Ich habe nur den Sniper, das war es. Ey, in der letzten Block war nichts drin, Digga. Ich wurde komplett gejuckt. Was ist das für ein Wapp, Freunde? Oh my God. Okay, Möcker, komm jetzt. Wir gehen rein, Adi. Digga, warte ich. Falls du ein Geschenk erhalten hast, kannst du es hier öffnen. Falls nicht, geh gerade aus und warte im Shop. Wo seid ihr? Jetzt geh mal da. Geschenk rein. Schmeiß es da hinten. Nein, nein, schmeiß es da hinten rein. Der hat so eine Hunde, Digga. Oh my God. Der hat so eine Hunde, Digga. Warte, wir verlieren uns die Items. Welterwältiger. Warte, warte, wieso? Digga, ich habe 30 Konditionen Waffe. Okay, das ist die most randomst. Okay, Jungs. Hier ist Shop. Ja, ich kann nichts kaufen. André, baut ihn. Ich kann die Acken holen. Ich habe keinen Stein. Ey, wie findet ihr die Items, Jungs? Wie findet ihr die? Ja. Ich schwöre, wie ist das alles so. Kommt zu weit. Werden wir spawnen, alle auf einem Fleck? Kommt rein, Jungs. Okay, wir beginnen, Freunde. Jeder drei leben. Ich bin einfach nirgendswo gespawnt. Ja, bestes Spawn. Okay, ich habe Cover, Digga. Du, jetzt glaube ich, deine Sachen, Digga. Ich kann nicht mehr, Digga. Buss. So, jetzt sind deine Sachen meine, Digga. Ich habe nichts mehr jetzt, Digga. Ja, da liegt noch eine Pistel, Digga. Wo es mir kann? Birkin. Alles klar, der baut einfach. Der, gib mal meine Waffe wieder. Hallo, André. Tschimm mal. Was für Tschimm mal? Das ist Korruption. Warum schießt du auf mich? Okay, Digga. Okay, wir sehen uns in meinem Fight, Digga, irgendwann. Ich habe echt nichts, Digga. Ich habe wirklich nichts. Komm, André, sammel auf. Ich habe nur einen Mini. Ich mache einen Tausch. Zwei Minis gegen eine Waffe. Kriegst du es? Du? Ja. Merk, keine Waffe. Vorsicht. Pass auf, ich baue Map ab. Ich baue mich jetzt nach unten, Digga. Wir sehen uns. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Affleck. Checkt die Jungs drauf. Und dann sehe ich meinen Bauty-Freunde. Und ich will mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Haut rein, macht's gut, Freunde. Ich... Die Aufnahme war zu wild. Ah, das war eklig.